Ich würde sagen, dass man einfach mal auch Leute trifft, die man sonst vielleicht nicht kennenlernt, die einfach einen Austausch schaffen und natürlich der Stand an sich ist schon geil. Als ich in diese Halle reingekommen bin, habe ich mir gedacht, wow, das war ganz schön geflägt. Ja, sehr präsentiert. Ich glaube, für Sie das ganz schön bist. Es ist die beste Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe. Ich bin sehr, sehr glücklich zu sein.